Musik Ich bin heute hier, um Ihnen mein neuestes Buch vorzustellen, wenn Onkel Wania kommt, an dem Tag kamen wir gerade mit meinem Freund nach Berlin, als Deutschland Weltmeister wurde, aber wir wussten nichts davon. Wir haben auch die Fußballspiele verpasst. Wir saßen im Zug und wunderten uns sehr, dass dieser Start so unglaublich fröhlich ausschaltet. Jedes Mal, wenn ich nach Russland fahre, schaue ich mir die alten Schwarz-Weiß-Fotos meines Onkels an. Wir spielen dabei stets das gleiche Spiel. Finde den Onkel auf dem Bild. Nach der Theorie meines Onkels schaut auch der Tod sich gerne alte Fotos an und holt diejenigen ab, die ihm am besten gefallen. Mein Onkel wird also möglicherweise ewig leben, solange er auf seinen Fotos unsicht verbleibt. Ich bin auf jeden Fall immer davon ausgegangen, dass er unsterblich ist. Danke. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017